Herzlich willkommen bei unserem Consors Bank Wissensvideo. Mein Name ist Thomas Plättner und ich arbeite bei der Consors Bank an der Entwicklung unserer Trading Tools. Mit diesem Video präsentiere ich euch unseren neuen Watchlist Service. Eine Watchlist ist eine individuelle Beobachtungsliste, auf die ihr Finanzinstrumente wie Aktien, Rohstoffe, Fonds, Indizes legen könnt und dabei die Entwicklung und die Kurse an den Märkten verfolgen könnt. Die Watchlist steht euch auf unserer Internetseite als auch in der Consors Bank App zur Verfügung. Den Zugang zur Watchlist findet ihr von überall auf unserer Internetseite über den grauen Button hier oben rechts und danach loggt euch einfach mit euren Zugangsdaten wie Kontonummer und PIN oder aber wenn ihr noch nicht Consors Bank Kunde seid und euch vorab in unserer Community registriert habt mit eurer User ID und eurem Passwort ein. Als nächstes richten wir eine Watchlist ein. Direkt nach dem Login werdet ihr aufgefordert, für eure Watchlist einen Namen zu vergeben. Als kleiner Tipp, nehmt einen möglichst aussagekräftigen Namen, da ihr bis zu 30 Watchlisten pflegen und verwalten könnt und später anhand des Namens besser auf die Inhalte schließen könnt. Ihr könnt zusätzlich ein reales Consors Bank Depot in eure Watchlist importieren. Wenn nein, bestätigt einfach mit Anlegen und die neue Watchlist wird für euch erstellt. Um unseren ersten Wert der Watchlist hinzuzufügen, benutze ich hier die Wertpapiersuche innerhalb der Watchlist und ich tippe einmal den Namen eines deutschen Automobilherstellers und ihr seht, ich bekomme hier sofort den Treffer vorgeschlagen, die Daimler-Aktie. Ich klicke auf den Treffer und ihr seht, wie sich die Aktie der Watchlist hinzufügt und ebenso die Bestätigung hier in der grünen Bestätigungsleiste. Probiert es einmal selber aus und fügt selbst Werte in eure Watchlist hinzu. Ich werde euch im folgenden Video zeigen, wie ihr auf unserer Internetseite navigiert und auch von anderen Stellen Werte in die Watchlist hinzufügen könnt.